Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, The Binding of Isaac Repentance. Heute geht es weiter rein in die Challenges. Warum die Challenges? Weil ich muss die Challenges noch machen, um Dinge freizuspielen. Jetzt muss ich mal gucken, was fehlt denn? Ultra Hard. Boah, das wird niemals... Ey, wenn ihr den besten Ultra Hard One aller Zeiten sehen wollt, dann... Werde ich den, glaube ich, mal am Ende verlinken. Das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Okay, es ist von mir. Ich bin ehrlich. Ich bin da ehrlich. Aber Ultra Hard. Mal schauen. Wir müssen zu, genau, Mega Satan. Wir haben... Ich glaube, man kriegt keine HP Ups. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, was... Wir gucken, was kommt. Das ist gut. Okay, Goldräume gibt es. Da war ich mir jetzt nicht so sicher. Da war ich mir da. Du, 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 du. Okay. Okay. Komm, geh du noch weg. Es wird alles sehr lange dauern, glaube ich. Ist das... Das fängt ja schon mal gut an. Das ist okay. Ich bin jetzt hart am Über... Oh, stimmt. Bozo. Sehr gut. Angel Deals or Devil Deals. Ich glaube, wir gehen auf Angel Deals. Das war der knappe Aal. So, 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 so. Sehr gut. Ich bin voll konzentriert, ey. Diese Challenge. Die kann man in den letzten Nerv rauben. Naja, stimmt. Ist ja auch noch... Äh, ja. Ach, komm, wir gehen jetzt einfach mal zum Boss. Was soll denn passieren? Ach, ja. Oh, oh. Alles cool. Ich denke mal, so um die 60% haben wir schon geschafft. Können auch schon 75% sein. Guuuut. Tschüss. Gut. Wer hätte das ahnen können? Äh. Ups. Okay, verdient. Vollkommen verdient. Wie viel macht der? Vier? Ja, okay. Okay. Nicht auf die Leben achten. Ist alles egal. Das war zu einfach. Und ist gut. Schade. Äh. Naja. Ich wollte auch nicht auf Devil Deals gehen, ne? Gut. Aua. Curse of the All. Hm. Oh. Äh. Ich seh dich. Obwohl ich's nicht sollte. Faszinierend. Ich hab mich gar nicht erschrocken. Was labert ihr? Ich mag die Gegner nicht. Ich hab das Gefühl, dass sie unglaublich viel aushalten. Und sie sollten nicht so viel aushalten. Äh. Ich muss mich mal eben kratzen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ui. Ja. Easy. Alter. Jetzt hätte ich jahrelang nichts anderes gemacht. Okay. Eigentlich stimmt das. Ich hab viel zu viele Stunden in diesem Spiel. Okay. Cool. 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 fliegen. Gut. Tour of Clubs. Ausgezeichnet. Speed down, natürlich. Ah, ich muss kurz überlegen. Ich muss weiterhin kurz überlegen. Ha. Uh, ha. Gut. Ich krieg keinen Schlüssel. Ha. Ja. Nochmal. Bye. Experimental pill. Ah! Ah, lass mich kurz kratzen, Mann. White shot. Äh, ja. Okay. Okay, okay, ganz cool bleiben. Wir bleiben alle ganz cool. Ja, Spectral Tears, ja. Also es ist gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Okay. Ein Preis. Äh, ein Item zum halben Preis. Ein Preis zum halben. Warte mal, war da nichts drin? Schweine. Warum tut ihr mir das an? Was soll denn das? Äh, 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 oh, oh. Ja. Explodier jetzt, gut. Du auch. Nicht mal einen Cent? Nein. Ich kann nicht mehr. Gib HP ab. Ja, da war ich drin. Oder? Ja, doch. Bestimmt. Jetzt fehlt mir ein Cent. Ja. Okay. Dann ist das so. Nein. Weicht doch aus? Okay. Oh, das ist... Oh. Und immer dran denken. Es gibt keine schlechten Items. Okay, ich trau dem Ganzen nicht. Ich will nicht pessimistisch klingen, aber... Es ist Isaac. Hey. Ich fäng das richtig so. So. Okay. Nein. Äh. Äh, hallo? Bitte nicht Blood Puppy, bitte nicht Blood Puppy. Das macht's nicht besser. Warte mal, kann ich nicht irgendwie gucken? Genau. Äh, zwei Soul Hearts. Nee, damit warte ich noch. Keine Schlüssel ist echt... ...schwierig. Du 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 du. Äh, hier. Oh, das ist, äh, das find ich gut. Ja, okay, wir pinnen unsen. Ach ja. Ah. Da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da Au. Miese Kiste. Macht Isaac schon wieder komische Sachen und ruckelt am und zu? Isaac? Wäre ich im Shop? Ich glaube nicht. Wäre ich im Shop? 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 Giocauino! Da 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 ba do ba do ba ba do! Ups! Ja, 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 ich wieder. Lass uns die Karte einfach mal aufspannen für Gegner, die jetzt nicht so prickelnd sind. Oh, das ist okay. Das ist auch okay. Ist jetzt nichts besonderes, aber... Hätte gedacht, das wird schlimmer. Hallo? Oh! Oh! Oh, da geht's! Gerade ihr hier, ne? Zerk! Er hat Dinge gesehen. So, jetzt muss ich mal gucken. Boss-Item. Äh... War gut. Oh, Baby! So. So. Schuten weiter da hin. Sehr gut. Was wird zu tun? Hä? Oh fuck. Easy. Ah, okay. Ah, okay. Ah, Pillen. Nicht gut. Gut. Ja. Geht gut ab. Hallo? Gehen sie weg? Bitte? Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Alrighty. Ich muss es ausprobieren. Keine Soulhards? Nein, gar nichts. Okay. Da finde ich mich mit ab. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Warum tust du mir das an? Okay. Ah, nicht ihr. Ah! Okay. Ah! Ah! Okay. Ah! Oh Gott! Ja, den Raum finde ich gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin mir nicht immer so sicher, ob ich das jetzt wirklich tun sollte. Scheiße! Also irgendwann ist es auch einfach nur noch frech, ne? Gib mir Herzen oder so. Keine Ahnung. Eisig nicht. Könnte das gefährlich werden? Oh, ja. Oh, ja, 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 ja. So, das ist gut. Das ist vollkommen cool. Ach, scheiße. Gleich. Och. Och. Oh. Äh, interessant. Interessant. Mal versuchen, Geld zu sparen. Oh, sehr, oh. Das bringt mir gar nichts. Hä, lol. Ach. Obwohl, wir können gucken, wenn da mal irgendwie ein Spacebar-Item drin ist, dann können wir das durchtauschen. Also, in Anführungszeichen durchtauschen. Huch. Oh. Da teleportiert er sich einfach weg. Oh. 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 Kannst du mal aufhören, wie ein Betrunkener zu reden? Okay. Mega-Satan. Ich bin auf dem Weg. Machst du dich bereit? Brudi? Kollege? Ich werde dich finden. Irgendwann werde ich dich fertig machen. Dann wirst du mich anbetteln. So ein bisschen. Okay. Ach, diese scheiß Masken, ne? Hey... Willst du nicht auch kaputt gehen? Lümmel. Okay. Nobody. Können hier vielleicht weniger Massen kommen. Das Gute ist wirklich, wenn die, äh, wenn die, äh, wenn die Angst haben. Das finde ich gut. Ah... Okay. Okay. Ja, schieß doch auf mich, du... Hast du... Komm, machen wir mal einen Neustart. Komm, wir gucken mal so lange, bis wir einen Goldraum hier kriegen. Gib mir mal einen vernünftigen Gold. Oh. Das war dumm. Das war richtig dumm. Das... Die Bipsen. Wir brauchen die Bipsen. Das war richtig. Na, iiih, du blöder Uh, möchte ich dir gerade viel beleidigen Aber Wir halten die Konten aus Okay Du kleiner Uhrensohn, ey Pfff Okay Ich weiß nicht warum Aber ich hab Säumig Und ich fühl mich gut Möchte das schaffen Wir kriegen ab und zu mal Dinge ausgespuckt Das find ich zum Beispiel recht Ah, mein Gut Boogel Oh, hallo Oh, hallo Ach ja Wir merken uns Erste Gabi-Item Das ist schon mal Fantastisch Ah Okay Hände weg Gut Du machst das schon Ja gut Na ja Ja Oh Gott Ja, sehr gut Explodier Oh yeah Gut Oh, ich habe das harte Verlangen Mir die Nase zu putzen Ich glaube Ich muss mal kurz eben hier Den hier machen So Hey So Da war ich Da war ich Da war ich noch nicht anscheinend Okay Ah Schön Ich bin Ich bin gerade recht zufrieden Mit dem Setup Das ist gut Es gibt nur eine Sache Die schlecht ist Und zwar Und zwar Dass ich den Devil-Deal versaut habe Richtig so Explodieren müsst ihr Lasst euch nicht unterkriegen Sehr gut Ja Weiß ich nicht Nee Nee Komm schon Schieß ich mit Da sind die Popel Da sind die Popel Die wollen wir sehen Gut Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Ah Du auch Hallo Geh doch Damage up Damage up Sehr gut Ja Ist jetzt gut gewesen Der Bruder Was soll das denn Oh Sehr gut Wir sehen wir gut Ich hätte das nicht tun sollen Ich wollte doch nur Guppies Ich wollte doch nur Nine Lives Okay Wartenbaby Ist natürlich Spitze Was soll das denn Gott, oh mein Gott, ich sterbe. Ich sterbe. Mom, nein. Oh. Oh, ein Feuerzeug. Nee. Das Wisey Co. kann ich nicht eingehen. Oh, okay. Oh, okay. Ja! Ich möchte es haben. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich möchte es haben. Das auch. Klar. Oh, mein Gott. Ich habe dich gesehen. Yikes. Okay. Sehr gut. Dicke. Halber Herzinfarkt hier. Oh. Oh nein. Aber warum? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht mal so gut. Das explodiert zu oft. Ah. So ist vollkommen cool. Das ist schön auf Distanz. Ah, easy. Das ist halt scheißengefährlich, wenn die näher kommen. Ah. Seht ihr? Wenn das dann explodiert, ist vorbei. Ah. Woop. Aha. Okay. Ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Das war erstmal mein letzter Versuch. Ich muss gleich noch einkaufen gehen. Deswegen erst einmal danke fürs Zusehen. Wir schauen uns... Entschuldigung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das Video heißt The Binding of Ithec Repentance. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Gehabt euch wohl. Und ciao, ciao.